So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke und der nächste Z-Day ist angekündigt, nachdem wir jetzt den Lichtl Z-Day hatten und auch der Dratini Z-Day Classic schon angekündigt ist, gibt es natürlich auch den vollwertigen Z-Day im November und der wird diesmal Teddy Ursa sein. Das finde ich schon wieder ein richtig geniales Bild, was hier zu sehen ist, das sieht zwar total dunkel und düster aus, da ist ein richtig fetter Vollmond und dieser Vollmond hat auch was zu sagen, denn man könnte jetzt schon wieder meckern und sagen, ja toll, Teddy Ursa, das hat ja nur eine Entwicklung, Ursa-Ring, Teddy Ursa ist ja kein neues Shiny, das gibt es ja die ganze Zeit schon, aber doch, es wird was komplett Neues geben und zwar werdet ihr Ursa-Ring weiterentwickeln können zu Ursa-Luna. Ja, und das bekommt dann auch noch eine exklusive Attacke und ist dann auch gleich noch als Shiny verfügbar, wenn ihr ein Shiny Teddy Ursa zu Ursa-Ring, zu Ursa-Luna entwickelt. Finde ich also trotzdem ganz gechillt, meine Shinies habe ich schon, meinen 100er habe ich schon, meinen, ich glaube der wäre 50, müsste das auch sein, ich müsste es also einfach nur durchentwickeln, dass das dann fett und groß wird. Ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich wieder ein Z-Day, wo ich drei Stunden hier sitze, anstatt unterwegs zu sein. Beim letzten, den habe ich zwar drei Stunden unterwegs gestreamt mit Thomas und Genaya, aber fünf Sekunden nach Beginn des Streams ist der Chat ausgefallen, sodass ihr zwar weiter den Stream, ihr konntet euch zwar unterhalten und labern, aber ich habe nichts mehr gesehen und das ist jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, ist irgendwas verkackt. Diesmal hat es den Chat komplett entschärft. Ich habe drei Stunden lang nicht gewusst, was ihr schreibt, was ihr sagt, was ihr macht. Das war bestimmt ziemlich merkwürdig für manche Zuschauer, deswegen, wenn ich hier von zu Hause aus habe, ich ja den vollwertigen Chat, kann auf alles eingehen und dann ist das auch immer sehr chillig, bevor ich alleine draußen rumrenne, dass wir zusammen hier von zu Hause aus das machen. Für die, die auch nicht unbedingt rausgehen wollen oder wo das Wetter nicht passt. Ansonsten hat es natürlich Spaß gemacht, mal wieder den Sea Day draußen zu zocken und rumzulaufen, aber ich glaube, Trattini und Teddy Ursa sind wahrscheinlich zwei, die halt nicht so werden und dann bleibe ich lieber bei euch. Wann ist das ganze Ding jetzt hier? Samstag, 12. November. Wir haben jetzt den 17.10. Es ist das zweite Mal, dass sie direkt nach dem Sea Day eigentlich den nächsten schon wieder angekündigt haben, sonst haben sie ganz lange gewartet. Jetzt hauen sie direkt den nächsten raus, finde ich gut. Habt ihr theoretisch einen Monat lang Zeit, euch vorzubereiten, abzusprechen, was auszumachen, wenn ihr euch als Gruppe treffen wollt. Das ganze Ding ist wieder am Samstag und wieder von 14 bis 17 Uhr. Passt mir eigentlich wieder nicht. Ich hätte es am Sonntag besser gefunden, Sonntag um die Zeit, die drei Stunden komplett zu streamen, weil Samstag bin ich in letzter Zeit eigentlich gar nicht da und von woanders kann ich nicht streamen und von unterwegs wisst ihr ja, was ist. Also, was sagt ihr dazu, was gefällt euch besser, Samstag oder Sonntag? Ich fand es Sonntag einfach besser, weil Samstag immer noch mehr Leute arbeiten als am Sonntag, aber trotzdem. Und dann hast du ja wieder so, der ganze Samstag ist dann sozusagen wieder weg, ist wieder kaputt, ist wieder schon ausgeplant. Und Samstag ist mein einziger Tag, wo ich dann wirklich mal was wachen kann, deswegen hätte ich lieber den am Sonntag gehabt. Trainer, wir haben bärige Neuigkeiten. Beim Community Day im November steht das Kleinbär-Pokémon-Teddy-Ursa im Mittelpunkt. Und ist da etwa ein Vollmond mitten am Tag zu sehen? Ja, denn das Torf-Pokémon Ursulana gibt während dieses Events sein Debüt. Im Pokémon Go entwickelt Ursaring, die Weiterentwicklung von Teddy-Ursa, während der besondere Vollmond beim Event am Himmel steht. Um euer eigenes Ursa-Luna zu erhalten, lest weiter, um mehr zu erfahren. Besondere Pokémon, wilde Teddy-Ursa erscheinen vermehrt, mit Glück schillernd. Also, wer da ohne Shiny rausgeht, weiß ich auch nicht. Beim letzten Mal, wie viele haben wir? 24 Stück? 24 oder 25 Stück in den drei Stunden. Manche sind dann mit 40 Dingern rausgegangen, andere nur mit 10, aber trotzdem, das variiert halt. Ursa-Luna entwickelt Ursaring während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer Ursa-Luna die Ladeattacke Pferdestärke erlernt. Pferdestärke, Trainerkämpfe 100 Schaden, Arena-Kämpfe und Raid-Kämpfe 110 Schaden. Ein Vollmond-Phänomen. Von Samstag, den 12. November, 14 Uhr, also zum Start des Sea Days, bis Sonntag, den 13. November um 6 Uhr, bis zum nächsten Früh also, steht der Vollmond am Himmel in Pokémon GO. Während der Vollmond zu sehen ist, könnt ihr Ursa-Ring zu Ursa-Luna entwickeln. Danach könnt ihr Ursa-Ring erst wieder bei Vollmond zu Ursa-Luna entwickeln. Ja, wie oft Vollmond in Pokémon GO dann auftaucht, weiß man nicht. Ich würde also sagen, ihr habt ja genügend Zeit, ihr könnt auch nach dem Sea Day dann ein bisschen tauschen hin und her, dass ihr noch ein gutes Ursa-Ring bekommt oder Teddy Ursa und dann eben bis zum nächsten Früh 6 Uhr Zeit habt, eure Ursa-Lunas zu entwickeln, die wohl dann gefühlt erst mal nicht wieder da sind. Für 100 TD-Ursa-Bonbons könnt ihr Ursa-Ring zu Ursa-Luna entwickeln. Es wird auch wieder eine Spezialforschung geben. Spezialforschung zum Community Day. A Sweet Snack für einen Dollar. Ihr könnt die natürlich wieder euch selbst kaufen. Ihr könnt sie euch schenken lassen, ihr könnt sie verschenken, auch wenn ihr schon ein Ticket habt. Vielen Dank beim letzten Mal an den Schenker. Jetzt weiß ich gerade wieder nicht, wer es ist. Das werdet ihr bei Raider Mittwocher fahren, da habe ich das nämlich abgescreent. Finde ich immer noch ein cooles Feature, dass man anderen Leuten eine Freude machen kann und dass man da diese Sea Day Tickets auch verschenken kann. Ich fand auch immer noch, dass das Sea Day Ticket sich lohnt, für 1 Euro oder 1 Dollar sich das zu holen. Für die Items, die es da gibt, für die Erfahrungspunkte, für den Staub und für die Pokémon-Begegnungen ist das einfach eine fette Sache. Solange das bei 1 Dollar bleibt, ist es okay, wenn das jetzt 5 Dollar, 5 Euro oder irgendwas sich dann erhöhen würde, kosten würde, würde ich vielleicht auch sagen. Ach komm, braucht er nicht, aber diesen 1 Dollar im Monat oder den 1 Euro sollte wie gesagt jeder übrig haben. Event Boni, 3-facher Fang-Sternen-Staub. Es gab ja jetzt erst Fang-Staub, dachte ich. Jetzt gibt es wieder 3-fachen Staub. Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fang von Pokémon für Trainer ab Level 31. Also erhöhte Chance auf XL wieder. Wieder 3-facher Staub. Wieder doppelte Fang-Bonbons. Lok-Module halten 3 Stunden. Rauch hält 3 Stunden. Schnappschüsse während des Events. Ein zusätzlicher Spezial-Tausch. Das heißt maximal 2 an diesem Tag. Das ist das, was ich dann immer vergesse. Das ist anders als beim letzten, hoffe ich zumindest. Nicht, dass es da auch eine Eingabe und ich habe den vergessen. Der Rest ist theoretisch gleich und 50% weniger Sternen-Staub-Kosten für einen Tausch. Also nutzt den zweiten Spezial-Tausch während des C-Days. Und ansonsten nehmt den Staub mit. Egal, was ihr von dem C-Day haltet. Staub ist muss. Staub braucht ihr immer. Nehmt den Staub halt für andere Pokémon, aber holt ihn euch von diesem. Bonus-Raid-Camp nach dem Community-Day. Wie immer gibt es wahrscheinlich dann am Ende diese Stufe 4-Rades. Damit ihr das ganze Ding noch verlängern könnt, wenn ihr da vor Ort... Ihr könnt dazu ja nicht einladen, ihr könnt nicht eingeladen werden. Ihr könnt nicht über einen Fan-Raid teilnehmen. Könnt ihr vor Ort also wieder solche Vierer-Rades machen nach Ablauf des C-Days. Sodass dann um die Arena herum nochmal Teddy Ursas erscheinen. Habe ich bis jetzt bei keinem C-Day gemacht. Würde ich auch keinem empfehlen, Nutzt die Zeit im C-Day. Lasst den Rest in Ruhe. Lasst Neyentic nicht damit Geld verdienen, dass sie euch diese Billig-Rades hinstellen. Aber wer das gemacht hat, kann das ja mal reinschreiben. Warum ihr die macht. Und welche ihr bisher gemacht habt. Ja, es gibt ja trotzdem Leute, die sowas machen. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Bonus für den Sieg in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Wenn ihr Ursa-Ring in einem Raid-Kampf der Stufe 4 besiegt, erscheinen wilde Teddy Ursa 30 Minuten lang in einem 300 Meter Radius um die Arena herum, in der der Raid stattgefunden hat. Mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Bei Teddy Ursa, die unter diesen Umständen erscheinen, besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Pokémon, wie bei den Teddy Ursa, die während des dreistündigen Community Day Zeitraums erscheinen. Haben also die gleiche Shiny-Rate wie normal im Sea-Day. Sticker wird es wohl auch geben. Ihr erhaltet Event-Sticker, wenn ihr Poké-Stops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Diesmal sind aber keine Sticker abgebildet. Also, ich finde es cool, mit dem Vollmond, dass das alles so ein bisschen wirklich zur Jahreszeit angepasst ist, dass das Pokémon direkt da reinpasst. Hätte mich gewundert, war es Teddy Ursa als Sea-Day mit der Einführung von Ursa Luna. Macht das Ganze aber trotzdem Sinn. Ich freue mich, glaube ich. Ich finde es immer noch blöd, dass das Samstag ist. Das hätte Sonntag perfekt gewesen. Ich müsste eh warten, bis das Muttertier kommt, ich die abholen kann. Da hätte ich so lange mit euch drei Stunden gestreamt. So, Samstag, weiß ich nicht, vielleicht doch eine Stunde im Kreis laufen und mit Pupsi zusammen am Samstag und das war's. Die bringen halt meinen kompletten Plan durcheinander. Was ist euer Plan? Freut ihr euch auf den Sea-Day? Schreibt es mal rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out for Haut. Euer Ramses. Dann siis. Tschüss. Vielen Dank.